Das, ich würde es fast sagen, Tronau-Legendaser. Guck mal, wie es auch links hochzieht. Der dreht sich rein. In der Regel ist es nur kurzlebig, weil das sieht sehr gut aus. Ja, das ist super schnell eingedreht. Guck mal, Auticity-Noodle da rechts. Ja, ich mit dem Funnel jetzt. Guck mal, ja, auf jeden Fall Funnel. Kondensiert aus. Könnte sein, ja. Ja, siehst du da vorne? Der kondensiert auf jeden Fall aus. Ja, warte mal ab auf den Boden, was zu sehen ist. Ja. Tornado. Ja. Ja, noch ist es ein Funnel Cloud. Ja, das ist auf jeden Fall eine substanzielle Funnel Cloud. Ja. Wow, guck dir das an. Wahnsinn. Wunderbar. Eine ziemlich breite Rotation jetzt. Ja, ordentlich. Ich will mal wieder ein bisschen nach unten greifen, schafft es noch nicht so ganz. Ja, jetzt zerbricht es noch ein bisschen. Komm schon, kunden sie einfach raus, Alter. Boah, wie viele Worte sind die da drin? Wahnsinn, wie schnell. Wow. Wow. Ich will mal ein bisschen, wie hier dranbleiben kann. Die Richtung fahren. Einfach Richtung Bergheim. Da müssen wir jetzt quasi... Ja, Richtung Schwan fahren, das gebe ich mal ein. Ja, ich glaube, jetzt löst es sich gerade erstmal nochmal auf. Ja. Vorbei. Ja. Ja. Zweiter Zug. Hier vorne bildet sich jetzt irgendwie so ein großes, folgigerer Bereich mit Basis. Siehst du das hier vorne? Ähm, ja. Mal machen es mal die Meldung. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Lasst uns immer wieder auf. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Vielen Dank.